Hallo! Heute möchte ich euch eine ganz kleine Übersicht darüber geben, wo überall die Bücher, die ich mit meinen Co-Autorinnen Christine Adler und Melanie Galler verfassen durfte, in der Presse erwähnt werden. Zum einen, aktuellste Erwähnung im Moment gerade ist in der GQ, in der Gentleman Quarterly, in der Online-Ausgabe. Da geht es rund um das Thema Füße, mit welchen Übungen könnt ihr eure Fußgesundheit erhalten, wie ist unsere Meinung zu Barfußschuhen und was kann man eigentlich alles machen, damit die Füße gesund bleiben. Auch einen Artikel zum Thema Füße findet ihr beim Podologie Magazin unter podologie.de. Auch darüber habe ich mich sehr gefreut, auch ein sehr nettes Interview mit den Kolleginnen und Kollegen dort von diesem Magazin. Und dann natürlich, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, das Grönemeyer Special, wo Kamila und ich euch einige Übungen vorgemacht haben, die auch auf dem Übungsposter zu sehen sind. Also das sind im Moment so die drei aktuellen Presseerwähnungen, über die wir uns unheimlich freuen. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut doch auch gerne mal in diesen Artikel vom GQ-Magazin hinein. Ich finde, dass er auch optisch sehr schön aufbereitet ist. Die Frau Bierenzen, die mit uns das Interview geführt hat, hat den Text super umgesetzt, hat riesen Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Schaut mal auf die Internetseite. Gibt es noch ein paar andere schöne Sachen, wie Tipps zum Thema Mode, Schönheit etc. Tolle Uhren und so weiter. Aber eben auch ganz wichtig, gesunde Füße.